So und damit hallo und herzlich willkommen beim neuen Livestream Session Sword Art Online Fatal Bullet of the Playstation 4. Ja unsere Assassin's Creed hat eine neue Frisur ja muss einem gefallen oder auch nicht und ich will irgendwas von uns so nein ich mag den Typen nicht Traumlos Genau, weil Frauen schon immer ITler und Finanzbeamte wollten. Das ist nicht. Ich hab das noch nicht. Ich hab das schon mal. Was ist das? Ah, calmere mich. Ich habe keine Ahnung, dass ich nicht in Realität habe. Ich habe keine Ahnung, dass ich so etwas zu sagen. Ich habe nur noch eine Brüche gesagt. Ich habe das wirklich. So wie bei Herzblatt. Und hier haben wir Fanclub Mitglied Nummer 1. Oder willst du doch lieber Fanclub Mitglied Nummer 2? Oder auch Fanclub Mitglied Nummer 3? Ich habe mich nicht geholfen. Oh, ich habe mich geholfen. Ich bin hier, Master. Ich bin so schlecht, die ihr geholfen. Hallo. Ich habe mich geholfen, aber ich würde mich nicht sagen. Was ist das? Ich bin auch mit der Beziehung. Ich bin mit der Beziehung. Was ist das für mich? Ich kann das, was ich mit meinem Gelegenheit zusammenarbeiten. Deswegen bin ich ein Elit-Schein, oder ein Partner von einem anderen Unternehmen. Ich glaube, dass meine Realität ist, dass ich dieses Avatar soっくり bin. Natürlich, aber ich kann es nicht verraten. Ich glaube, dass ich sie auch viel Spaß habe. Ich glaube, dass ich es nicht verraten. Ich bin so glad, dass es mich nicht so schwer zu tun. Ich bin so ein Mensch. Wie sehen wir das Kind und ich bin so ein Kind. Ich bin so ein Mensch. Daher kann ich die Leute sehr gut sein. Also bin ich... Ich weiß nicht, ob ich mich gerne will. Natürlich. Ich bin so ein Mensch, dass ich euch sehr gut sein. so ein schwätzer so jetzt können wir ja mal wieder in die sande einsamen sande gehen können wir gucken ob wir da unsere hauptquests erfüllen können wir müssen in irgendeinem labyrinth irgendein gegner schnetzel ich hatte ja vergessen die ladezeiten der hölle ja und wieder ladezeiten so wollen wir den teleporter und dann haben wir gleich wieder eine ladezeit freut euch drauf let's play ladezeit der spannendste stream aller zeiten ich glaube so 90 prozent der folgen besteht wirklich aus ladezeit immer geladen so ich habe jetzt auch zwei neue leute wieder mitgenommen und zwar dieses mal kirito und asuna das heißt ich bin jetzt nämlich damit stelle kirito sind ziemlich damit stelle und sasna linda und asuna sind heiler als supporter so wo muss ich denn hin runter da habe ich aber gerade schon wieder in die falsche richtung oder glaube fast ja warum auf in den dungeon ist auch blöd man spawnt und man spawnt genau hinter dem eingang wo man eigentlich hin muss die logik muss ich auch nicht verstehen aber das zählt doch wieder als relikt ödnis hier hä kann auch nicht ganz stimmen das ist wieder die höhle der relikt das kann aber auch nicht sein dann muss ich doch irgendwie da lang kling klang kling klang kling klang kling klang ich verstehe es nicht so ganz ich laufe jetzt einfach mal und guck mal was passiert derzeit kann ich auch duschen gehen ja ich mache ein ungeduschtes let's play kommt wir sind zu hoch kommt her zwei idioten mit dem schwert und keiner kommt ran zack man ich treffe wieder nicht da offenbar einfach mal da hoch nicht schon wieder da kommt her da kommt her da kommt her da kommt her da kommt nein du fliegst jetzt weg ich komme ja man quest abgeschlossen ich steche mit alles wieder im stachel zack er kommt her na kommt her ja ja das ist doch die fähigkeit ich möchte jetzt halt nicht mehr in bazooka da ja ja man erwischt du gehörst mir ey bleib stehen nein bist du bist du bist du du wirst du 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 bist Oh Mann! Dann halt! Ich krieg! Oh Mann, kann ich die eigentlich runterschießen? Ist ja auch eine Variante. Kann ich auch mal probieren. Ob ich die vielleicht runterschießen kann? Das wäre vielleicht auch eine Variante. Ah, endlich wieder der Gleiter auf dem Boden. Oh, da lebt noch einer. So. D, 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 D. Ach, Mann. Ja tatsächlich, das geht. Haha. BAM! Mh, lieber. Und zack. Stopp, stopp, stopp. Und zack. Du auch. Ja, ich bin der D, 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 D! Und dann in die neuen Ere. Down. Uh, was ist das? Und der ist dann. Ja, Mann. Uh! Bam, 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 bam! Und zack, in den Hintern. So, wo befinden wir uns denn? Na, ich muss noch weiter laufen. Wahnsinn, recht riesiges Gebiet hier. Überraschung. Zack, zack, zack. Mist. Oh, das sieht doch nice aus. Schiffsfriedhof. Hmm. Ohohoho. Zack, zack. Wuhuu. Weg mit der. Ja. Hallöchen. Ja, ich sehe nichts mehr. Ah, 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 ah. Yep. Da. Dammit. Oh, f**k! Und BAM! Aua, 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 aua. Oh scheiß Mistvieh Oh, das ist ein Giga. Wohoo! Ich werde kleine Miststörer weghauen. Oh. Ich werde die kleine Miststörer weghauen. Oh. 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 Oh, ja. Komm her! Shit daneben. Aua, oh, oh. Ich hacke dir die Beine ab. Ihr nervt und weg mit dir. Du nervt genauso und weg. Mist komm ich da jetzt nicht hoch. Kollischen. Und... Und weg mit dir, so die erste große. Power ab, Rüstung ab, Attacker ab, BAM BAM BAM! Und du kommst nicht weg, Au, Bleibst du hier, Kommen schon gleich haben wir dich. Ja man! Das war einer. Was ist da oben? Weg mit dir! Weg! Weg! Wieso kann ich gar nicht treffen? Und weg mit dir! Ja! Sooo und zuck! Ah volles Gesicht! Geht! Sooo, da oben ist es mal. Habt ihr kurz gemacht? Ah, ich muss. So, in welche Richtung müssen wir denn so, wir müssen jetzt da lang jungs, sonst gehts ja gar nicht mehr voran. Oh, das sind Spielegegner, habe ich wohl noch nicht gesehen. Ich hasse diese Spielegegner. Stop! Oh dear. So, die Rechte gezahlt, oder? Sehr lang. Was ist das? Was ist das? Autsch, 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 Autsch. Damn. Asuna, pass auf. Schon wieder daneben. Oh shit. Oh shit. Hell, das ist wieder. Oh. Oh. Shit. Shit. Musst du echt aufpassen. Oh. Hilf mir. Komm schon, Kirito. Das war's für mich. Oh wow! Wo ist der? Ah, Mann! Shit Komm schon Hi Marvin Das war echt ein verfickter langer Kampf